Herzlich Willkommen meiner Wenigkeit der Sky zu Character Creator 3 und dem Headshot-Plugin. Ich sag's direkt, wenn ihr Headshot installiert habt, solltet ihr direkt hier unter Plugins oben links Headshot stehen sehen. Also wenn ihr das gemacht habt oder wenn auch hier Headshot steht oder eben im Content-Browser hier auf der rechten Seite, das als Tab angezeigt wird hier, dann ist alles gut. Ansonsten müsst ihr es nochmal installieren, aber das sollte ja bei euch passen, weil das macht ja Relusion Hub ja eigentlich automatisch. Ja, Character Creator 3 Headshot ist letztendlich nichts anderes, als dass wir Bilder nehmen von Menschen, wie zum Beispiel hier dieses Bild oder hier dieses Bild. Und wir tun jetzt letztendlich das einfach in das Plugin reinziehen oder auch das Plugin draufziehen auf dem Feld und ihr erstellt uns daraus automatisierte 3D-Charaktere. Das ist extrem nice, die solche Bilder könnt ihr natürlich A, mit dem Handy selber aufnehmen, B, mit einer Kamera von irgendjemandem abfotografieren, natürlich mit dessen Erlaubnis. Oder wir gehen C, auf AI-Webseiten, also auf künstliche Bilder, also die von der künstlichen Intelligenz generiert wurden. Zum Beispiel wäre hier Generated.Fotos, Link ist übrigens so in der Beschreibung, das heißt wirklich so Generated.Fotos. Eine sehr gute Webseite, wo ihr sowas herbekommt, aber da müsst ihr auch auf die Lizenz nachdenken, zudem ist natürlich auch noch dazu Alternativen. So, jetzt gehen wir mal hier auf der linken Seite in das Headshot-Plugin oder auf das Headshot-Plugin. Übrigens, wenn ihr das auf der linken Seite hier nicht sehen solltet, diesen Button, dann klickt ihr einfach hier oben einmal auf Headshot-Boom drauf und ihr seid direkt im Headshot-Menü. In dem Headshot oder bei dem Headshot-Plugin haben wir zwei Modis, also sprich wir haben Auto und Pro. Auto macht uns prinzipiell direkt 3D-Charaktere relativ einfach, da brauchen wir nicht so viel Arbeit und Zeit reinstecken. Wir brauchen dafür mindestens ein Bild mit einer 1K-Textur, beziehungsweise wäre schon sinnvoll, das wäre übrigens bei allen sinnvoll und wir brauchen natürlich auch entsprechend ein gutes Bild. Ich zeige euch das hier nochmal. Hier dieses Bild ist halt ein gutes Bild, es ist genau mittig, neutrale Position, man guckt direkt auf den Charakter drauf und es ist ja soweit eigentlich wirklich gut. Er erstellt euch hier also eine 1K-Textur, so gefühlt, automatisiert mit 3D-Haaren. Es ist voll automatisiert, habe ich ja gerade eben schon gesagt, bedeutet ihr müsst kaum noch irgendwas machen, könnt aber natürlich Proportionen anpassen, wenn ihr das wollt. Intelligentes Texture-Blending ist jetzt unnötig zu erwähnen, aber dadurch werden die Übergänge besser. Während im Pro-Modus er uns 4K-Texturen erstellt, er aber auch hochauflösende Bilder benötigt. Übrigens 4K-Texturen können wir natürlich hier im Auto-Modus auch ganz unten auswählen, zeige ich euch noch, aber so von dem Detail gerade her. Image Matching, das ist noch eine Sache, die ich ansprechen will, das bedeutet, ihr ladet euch, das zeige ich euch nachher noch, hier ein Bild rein. Er erstellt euch das Gesicht und hier wird dann das Bild, von dem ihr, ich sag mal, die Referenz hier habt. Also sprich, ich will zum Beispiel hier diesen Mann in Character Creator stellen, macht er auch und er legt uns jetzt 1x1 hier dieses Bild über das Gesicht und wir können dann fein justieren. Weil 100%ig klappt das natürlich nie, aber, also habe ich jetzt noch nie gesehen, dass 100%ig das funktioniert, dass immer alles perfekt ist, aber dafür können wir ja fein justieren und Charaktere extrem gut anpassen. So oder so, wir klicken jetzt hier auf den Auto-Modus und können jetzt anfangen. Letztendlich nehme ich jetzt einfach hier 2 Bilder, die ich mir vorbereitet habe, Person 1, Person 2 und wir schauen uns das Ganze mal an. Ich denke, wir fangen hier mit der Frau an und bei dem Pro-Modus wechseln wir zu dem Mann. So, aber dazu muss ich auch sagen, er stellt jetzt uns hier 3D-Haare, also erstmal ziehen wir das Bild einfach hier drauf, Track & Drop oder Copy & Paste, wir können auch Doppelklick hier auf die Fläche machen, ziehen hier unser Bild drauf und können uns erstmal auswählen, was für eine Körperart ist denn das hier überhaupt. Also, das hier ist offensichtlich kein Mann, sondern eine Frau. Baby können wir auch noch auswählen oder Neutral, Neutral ist eigentlich für Kinder ganz recht gut, aber never mind. Skin-Typ können wir auswählen, also den Haut-Typ, keine Maske, Clean Soft, Clean Rough, Scalp, also ne, und Old, ne, das geht natürlich auch. Ich würde jetzt mich für Clean Soft entscheiden, weil, ja, ich finde ehrlich gesagt, das Gesicht ist schon sehr gesoftet. Also machen wir das mal so, klicken das hier an, im Baby ist das nicht, also klicken wir hier oben auf Generate oder eher gesagt da unten. Klicken drauf, kann ein bisschen dauern. Jetzt wird eine Frau erstellt mit automatisierten Haaren, das bedeutet, wir müssen keine 3D-Haare im Blender erstellen oder mit Smart Hair, mit dem Smart Hair Plugin von Character Creator, sondern wir erstellen hier, oder diese Engine, beziehungsweise dieses Programm hier erstellt uns prinzipiell Haare komplett selber. Das Ganze hier zu laden dauert jetzt ein bisschen, das kommt eben immer auf eurem PC an und deswegen würde ich sagen, wir überspringen mal hier den Part. Jetzt wurde die Frau erstellt und jetzt sehen wir auch schon mal das Ergebnis. Natürlich ist das hier vom Nahen jetzt gerade nicht unbedingt perfekt, wie gesagt, das sind 1K-Texturen, aber was man wirklich hier sagen muss, wenn ich jetzt weiter weggehe, sieht das hier wirklich schon gut aus, ja. Die Haare sind erstellt, circa wie auf dem Bild, es ist wirklich genial und wir können natürlich jetzt hier auf der linken Seite den Activate Scalp Morph Mode aktivieren. Dann können wir nämlich hier draufklicken und können jetzt spezifische Partien im Gesicht, weil hier geht's ja Headshot ums Gesicht, äh, letztendlich geht's hier, also, ne, können wir hier bearbeiten und zum Beispiel die Stirn höher ziehen, weiter runterziehen und so, wie hier auf dem Bild. Ähm, natürlich ist das jetzt nicht hier Pro-Modus, im Pro-Modus könnten wir hier auch dieses Bild hier rüberlegen und dann jeweils anpassen, aber wir können hier wirklich alles editieren. Die Augen wurden auch sehr, sehr gut getroffen, finde ich persönlich, also das ist schon wirklich gut geworden. Hier können wir die Ohren anpassen, die sind durch die Haare verdeckt, kann man deswegen nicht so gut sehen. Den Mund können wir anpassen, zum Beispiel hier, diese Lippe, die würde ich, die Unterlippe, die würde ich ein bisschen weiter runterschieben, das würde dann schon eher passen. Ja, hier, so circa, sieht der wirklich schon mal gut aus, ja, natürlich können wir jetzt auch eigene Haare hinzufügen, also hier mit dem, aus dem Content-Browser raus. Das geht natürlich, keine Frage, aber hier, das ist wirklich ne coole, einfache Methode, wie wir alles anpassen können. Auf der linken Seite können wir jetzt auch sagen, Show Control Areas und dann haben wir natürlich hier die jeweiligen Anpassungen im Gesicht. Alternativ haben wir auch einen Dark Mode, damit das vielleicht ein bisschen schöner ist. Ich arbeite lieber mit dem Dark Mode, weil man da ein bisschen mehr durchsehen kann. Ähm, ja, hier unten können wir jetzt die Augenfarbe auch ausbilden, wenn der eine oder andere sagt, boah, ich hab eigentlich überhaupt keine Lust, äh, hier, dass die blaue Augen hatte. Ich find grüne Augen viel geiler, dann macht der einfach grüne Augen und gut ist. Hier, das sieht mir jetzt aber irgendwie eher nach blauen Augen aus, okay, dann müssten wir vielleicht sogar noch ein bisschen selber justieren. Können wir hier in dem Farbfeld machen. Okay, es gab gerade ein Malheur, Character Creator ist gecrasht durch irgendwas, was ich gemacht hab, egal. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie man Augenfarben ändern kann, das ist natürlich extrem leicht. Hier können wir auch nochmal die Skinmaske ändern, also hier, damit wir mehr Kontur haben, damit die hier im Bad bekommt, äh, was auch immer. Ne, das wollen wir jetzt natürlich nicht, aber, äh, wir haben hier auch natürlich die Auswahl, sie sehr alt zu machen. Geht alles. Hautfarbe zu ändern und natürlich auch nochmal die Masken hier zu ändern und, äh, zu überblenden. Das macht man hier dann zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn die Augen nicht gut aussehen oder wenn hier die Gesichtsränder nicht gut aussehen. Aber ich muss wirklich sagen, im Normalfall macht dieses Programm, also, ehrlich gesagt, das Plug-in hier, das extrem genial. Muss man ganz klar sagen. Hier unten als guter Letzt können wir natürlich auch die Texturauflösung noch auswählen auf 4K. Äh, das macht jetzt keinen großen Unterschied, äh, weil hier ja nur 1K-Textur unterstellt werden. Jetzt kümmern wir uns um den Bro-Modus. Für den Bro-Modus nehme ich jetzt einfach mal das Bild von dem Mann. Warum? Eigentlich macht das keinen Unterschied. Wir können natürlich auch die Frau nehmen, aber der Unterschied hier ist ja ganz klar, äh, warte mal, nehmen wir mal hier, ähm, ja, ich weiß gerade, nee, nehmen wir mal Old. Okay, einfach aus Prinzip nehmen wir jetzt mal kurz Old, auch wenn er jetzt nicht so alt ist, also jedenfalls nicht so alt aussieht. Ja, komm, wir nehmen, hm, hm, ja, nee, wir nehmen mal Old, weil, äh, ja, hat eben hier schon ein paar Altersspuren und ich bin mir jetzt eben nicht sicher, wenn wir jetzt hier nur Bart und, äh, so ein Zeugs machen, dass der dann, äh, dass das Programm dann halt das so macht, wie ich das jetzt halt will, ne? Während alt, Altersspuren und so, so sieht man hier auch auf dem Bild schon, da geht das eigentlich vollkommen klar. So, hier haben wir es jetzt, jetzt ist er natürlich sehr alt geworden, also wenn ich jetzt mal hier hochgehe, okay, nee, das war vermutlich dann doch falsch, aber das ist kein Beinbruch, denn wir können das natürlich immer noch alles ändern. Das sieht natürlich jetzt schon dezent alt aus. Die ganzen Hautdetails finde ich aber dennoch geil, jetzt hat er natürlich schon sehr graue Haare, wir haben den, äh, Herrn hier leider gerade nochmal um, naja, 15, 20 Jahre einfach nochmal, naja, ne, älter gemacht, nicht schön, aber kriegen wir hin. Das war jetzt aber eine Fehlanstellung von mir, auf jeden Fall haben wir hier das wunderbare Smart, äh, beziehungsweise das Brow Tool und können hier wieder auf Activate Scalp Mode draufklicken und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, das Image Matching Tool anzuwenden und hier sehen wir schon, was passiert. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier die Möglichkeit, ganz easy zu sagen, die Opacity von dem Bild, ne, äh, haben wir hier, jetzt haben wir hier das Gesicht und eher gesagt den Schädel und wir sehen schon, dass hier irgendwas nicht passt, ne, also die Ohren, okay, die müssen wir nochmal anpassen. Das Gesicht müssten wir anpassen, logischerweise, wir können hier oben auf Head draufklicken, hier unter, ähm, Morse und dann hier unter Head und dann können wir alles natürlich auch anpassen, ne, das haben wir ja, das habe ich ja halt schon mal gezeigt, aber wir klicken jetzt mal hier auf Headshot unten, weil das gibt mir ein paar mehr Optionen und wir sagen jetzt hier die Kopfweite, die ist noch ein Problem, finde ich persönlich, vor allem die auf der linken Seite, beziehungsweise von dem aus gesehen auf der rechten Seite. Wir sagen jetzt Bake, damit wir hier weiter das machen können, machen das jetzt hier mal so circa, ich denke, das könnte eigentlich passen. So, ähm, ja gut, wenn der hier oben die Haare hat, fängt der Haareansatz hier an, heißt also, ich würde wirklich davon ausgehen, dass die Höhe des Kopfes noch falsch ist, äh, so, Headscale, machen wir mal so. Ja, so passt das schon eher und jetzt können wir natürlich auch die Ohren anpassen, ja, die Ohren müssen wir so machen, dass sie circa ein bisschen wenigstens, äh, leicht abstehen, die Ohrläppchen unten müssen natürlich auch noch ein bisschen, äh, größer, beziehungsweise die Ohren vielleicht auch ein kleines Tick, also so, ne, so circa mittig. Ja, jetzt können wir die wieder hier hochziehen, einfach linke Maustaste gedrückt halten und hochziehen und dann passt das nach und nach und das ist eben das Coole, äh, das ist eben eine Sache, wo wir, ich sag mal, extrem genial einen Charakter, bearbeiten können, so, dass das immer, oder dass das eben gleich aussieht, ne, beziehungsweise halbwegs gleich und da habe ich schon Bilder gesehen, wo die eben Charaktere übelst gut nachgemacht haben. So, jetzt können wir hier natürlich den Kopf noch ein bisschen stretchen, so ungefähr, weil er hat ja kein rundes Gesicht, der hat ja dann schon eben, ne, aber ansonsten finde ich das hier schon mal super gut. Wenn ich jetzt auf der linken Seite hier aber gucke, können wir natürlich auch die Lippen und alles bearbeiten, das brauchen wir jetzt erstmal nicht, die Augen brauchen wir auch nicht, aber jetzt hier unten können wir ausbilden, statt Old Male, äh, Old Male, könnt natürlich, ähm, auch einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt hier einfach kein Old Male, aber wir nehmen hier mit Bart und mit, äh, hier Stuppe, ne, auf den Kopf. Das Ganze können wir aber auch hier unten einstellen, also Skin, Old Face, das ist jetzt eben so die Sache, da muss ich jetzt kurz mal das Vergleichsbild öffnen. Also, es tut mir leid, aber der hat eben noch nicht, also er hat zwar Falten, aber er hat nicht dieses alte Gesicht hier mit den Eitersflecken und allem möglichen. Äh, machen wir das mal kurz so. Das ist eben ein Ticken übertrieben hier, seht ihr das? Also, das ist halt ein Ticken übertrieben, finde ich persönlich, deswegen statt Old Face würde ich Rough Skin sagen. Dann haben wir hier Scalp, also da haben wir ja hier die Möglichkeit zu sagen, wie sehen die Stuppe auf dem Kopf aus. Und da würde ich sagen, er hat ja noch relativ, äh, ja, ne, also da können wir ruhig sagen, nach meiner Meinung nach Light Hair Straight, Wafy, du ehrlich gesagt, da habe ich jetzt gerade keine Ahnung, wir nehmen mal, wir nehmen mal Light, Light Hair Wafy. White Stuppe können wir schon machen, weil der Bart ist eben schon leicht weiß, ne. Ähm, ja, Gesichtsmasken brauchen wir jetzt eigentlich hier nicht, ich meine, Gesichtsmasken müssen wir jetzt eben hier mal rumklicken, wenn jetzt der Übergang vom Gesicht echt schlecht aussehen würde. Aber der sieht eigentlich relativ gut aus, deswegen müssen wir hier nichts bearbeiten, 4K Textur, Easy Boom Update. Und jetzt dauert das eben ein kleines bisschen, er modet das Gesicht eben nochmal um, also die Haut, beziehungsweise eben nur die Haut. Und, äh, wir müssen jetzt gleich ein, ah, ein Unterschied schon mal sehen, hier sieht man schon mal eigentlich recht gut, was hier passiert ist. Jetzt haben wir hier nur Light Hairs, wir können natürlich auch einstellen, okay, wie wär's damit, ähm, wenn wir, ähm, mal schauen, wenn wir Dark nehmen, Wafy Balding, also Balding ist halt, wenn er hier weniger Haare bekommt, ne, der hat aber noch ein prachtvolles Haarpaar auf dem Kopf, deswegen würde ich tatsächlich sagen, wir nehmen mal Wafy Dark Wafy und updaten das nochmal. Siehst du, hier könnt ihr wirklich stundenlang rumspielen und das ist wirklich so eine Sache, wo ich dann sage, oh mein Gott, das, darauf steh ich, auf solche Programme steh ich. Und wenn er es hier jetzt geupdatet hat, sehen wir jetzt, dass das hier ein bisschen intensiver geworden ist, alternativ können wir sagen, es ist statt Hair Wafy, Hair Straight, können wir natürlich auch sagen, ne, also klar, äh, gucken wir uns das jetzt einfach mal an, damit wir es auch gesehen haben. Ähm, er hat ja, wie gesagt, ne, also ich würde sagen, zu ihm passen sogar weiße Haare, also, ne, so nach und nach, aber das hier sieht natürlich auch nicht schlecht aus, wobei das jetzt hier ein bisschen zu komisch aussieht, weil, ne, also da würde ich sagen, Hair Straight Light, nehmen wir Light. Wir gucken erstmal, was Light ist, im Notfall machen wir wirklich weiß, aber ich glaube, der gute Herr braucht noch keine weißen Haare. Ähm, natürlich müssen wir die Gesichtsproportion noch anpassen, mit richtigen Haaren sieht es natürlich nochmal einen Ticken besser aus, die müssten wir natürlich auch noch dazu machen. Und jetzt sieht er irgendwie so aus, wie, ich weiß nicht, irgendwie so ein, äh, Soldat oder sowas, weißt du, mit so geschorenen Kopf und allem. Ihr könnt aber auch mal White Hair machen, einfach nur so aus Prinzip, White Hair Straight und gut ist, ja. Da haben wir natürlich verschiedene Texturen hier und das Ganze sollte dann letztendlich, Trommelwirbel bitte, Übergang, so aussehen, jawohl. Oh, jetzt sieht er echt schon etwas älter aus, macht aber nichts, wir arbeiten jetzt erstmal damit, sieht ja soweit eigentlich gut aus, muss man mal ganz klar sagen, also gefällt mir. Und jetzt können wir natürlich hier, wie gesagt, alles bearbeiten auf der rechten Seite und der Headshot können wir jetzt sagen, also Headshot ist natürlich so ein Plugin, wo wir dann genau detailliert alles hier im Gesicht bearbeiten können, hab ich ja eben schon mal gesagt. Hier geht das natürlich unter Head auch, ja, keine Frage, könnt euch das, wir können vieles hier einstellen, aber Headshot dagegen, da können wir wirklich alles einstellen. Also wirklich alles mögliche, das ist einfach, das ist einfach genial, das kann man gar nicht anders sagen. Face, Gesichtsweite, Gesichtshöhe, wir können hier wirklich alles einstellen, das ist, ich finde, das ist Gold wert. Also dieses Programm, ich liebe es einfach, weil das ist halt wie so eine Art, du spielst wie die Sims, ja, nur eben, dass du hier nochmal, ich sag mal, viel detaillierter deinen Charakter einstellen kannst, ne. Wupp, 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 okay, so machen wir das mal so, da brauche ich auch ein bisschen Platz für sein Gehirn, so, aber, ja, hier sehen wir auch, hier können wir sogar so einen Uhrzeitmensch erstellen, theoretischerweise, ne, also, ich finde das einfach ultra nice, also hier können wir wirklich alles erstellen. Die Uhrzeitmenschen hatten ja hier sehr prägnante Gesichtszüge und so, das geht hiermit tatsächlich auch, dass wir sowas erstellen könnten, wir müssen das hier unten rechts immer nur bacon, ja, also, wenn wir das Maximum hier erreicht haben, bacon, ganz easy. Soll ich mal kurz gucken, was machst du, ah, interessant, ja, ich würde mal schätzen, das sieht bei ihm so aus, circa, so durchschnittlich eben. Ach du Scheiße, what the hell? Kam Schüter sagt nein, ja, ja, genau so, ne, also, es ist wirklich genial, also, mir gefällt das hier, ich glaube, wir haben gerade das Gesicht komplett zerstört, kann das sein, ja, minus 27. Kann man hier, bei 0 sieht das so aus, wir müssen schon machen, dass das so circa aussieht und dann können wir hier wirklich alles einstellen, ja, also hier das Ohr, das Auge, das einzelne Auge, natürlich, da können wir wirklich alles mögliche einstellen. Ähm, Eye Scale, wie groß und klein die Augen sind, die Augenhöhe natürlich, wo die genau sitzen, so, ähm, aber auch nur von einzelnen Augen, wie man hier sehen kann. Also, es ist wirklich genial, warte mal, Maus, Nose, Nose können wir auch einstellen, wunderbar, die Breite der Nase, jetzt können wir aber wirklich mal auf das Bild gucken, also, hier haben wir ja oben das Bild, ne, und wenn ich jetzt mal hier draufgehe, dann sehen wir ja schon, dass die Nase eigentlich schon fast perfekt ist, aber ich glaube, die muss ein bisschen breiter, so circa. Und dann passt das eigentlich. Also, ich find's nice, äh, was ich noch cool finden würde, da bin ich ganz ehrlich, wenn im Pro-Modus auch wirklich gute Haare generiert werden würden, oder gleich mit generiert werden würden, aber ich glaub nicht, dass das kommen wird, weil da gibt's ja diesen Smart Hair Generator. Ähm, ich find's aber nur ein bisschen schade, ich hätte ihn gerne so, keine Ahnung, mit Headshot gekoppelt gesehen, dass man da eben noch ein bisschen dies und das, weißt du, ähm, einbaut und dann einfach sagt, okay, warte mal, wir sehen das ja hier, so circa passt das, dass man einfach sagt, okay, du tust jetzt hier letztendlich einfach wirklich einen Charakter erstellen und er tut dir wirklich richtig gute Haare direkt dazu generieren, ähm, statt so Low-Poly-Haare, beziehungsweise Low-Quality-Haare im Auto-Modus, die wirklich cool sind für Simulationsgames, aber eben für richtig realistische Sachen eben nicht so ganz. Hier so ganz leicht, wisst ihr, wenn man das so ganz leicht macht, sieht das ja eigentlich wirklich geil aus. Naja, egal, Ruhm experimentieren könnt ihr mal selber, schreibt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wir sehen uns im nächsten Video, haut rein, tschau tschau. Also hier rechts daneben, können hier auf grün klicken.